Musik Willkommen zum Trainingsmodul der BR 187. Wir werden Sie mit der Lokomotive BR 187 vertraut machen. Sie werden eine kurze Fahrt von Aachen Hauptbahnhof nach Aachen Rote Erde durchführen. Beginnen Sie, indem Sie zur markierten BR 187 gehen. Diese BR 187 ist derzeit vollständig ausgeschaltet. Wir werden einige Knöpfe drücken müssen, um die Lokomotive aufzurüsten. Zuerst müssen wir die Batterie einschalten. Als nächstes müssen wir den Führerstand aktivieren. Käst nos 3 4 5 5 6 7 Vergewissern Sie sich, dass die Spitzensignale der Lokomotive richtig ein. Vergewissern Sie sich, dass die Spitzensignale der Lokomotive richtig ein. Vergewissern Sie sich, dass die Spitzensignale der Lokomotive richtig ein. Vergewissern Sie sich, dass die Spitzensignale der Lokomotive richtig ein. Vergewissern Sie sich, dass die Spitzensignale der Lokomotive richtig ein. Vergewissern Sie sich, dass der Hauptschalter geschlossen ist. Zuletzt lösen Sie die Federspeicherbremse. Vergewissern Sie sich, dass die Spitzensignale der Lokomotive richtig ein. Wir sind jetzt bereit zur Abfahrt. Erhöhen Sie ein wenig die Leistung, damit wir unsere Fahrt beginnen können. Sobald wir 35 Kilometer pro Stunde erreicht haben, schalten Sie die Leistung ab, damit wir durch den Bahnhof rollen können und schalten Sie sie dann ab. Möcheln Sie sich, dass der Klinis her, damit wir in die Seele haben. Der Klinis ist in der Klinis. Der Klinis ist in der Klinis. Und bei der Klinis sind die Leichtkeit nicht in der Klinis. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Sie haben Aachen Rote Erde erfolgreich erreicht. Dies ist das Ende der Fahrt und dieses Trainingsmoduls. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020